Hier haben wir ja auch eine Neulingswertung. In dieser Klasse haben wir auch Neu-Commerce, also wenn Sie aus anderen Ländern sind, Sie sind nicht in den Neu-Commerce. Auf dem dritten Platz der Neulingswertung die Stadt Nummer 167, Madlene Grazak. Auf dem zweiten Platz der Neulingswertung die Stadt Nummer 141, Bettina Neumann. Und die Siegerin der Neulingswertung bei den Bikini-Juniorinnen die Stadt Nummer 140, Nathalie Heipaeka. So, ein Foto. Dankeschön und jetzt bitte wieder zurück an den Binnenintergrund. So, jetzt kommen wir zur allgemeinen Wertung. Auf dem sechsten Platz die Stadt Nummer 167,